Notrufs auf Hartford. Wie kann ich helfen? Drei. Drei Menschen. Was genau ist das Problem? Drei Menschen sind tot. Ich habe sie getötet. Hallo? Hallo? Als ich etwa acht Jahre alt war, hat meine Mutter drei Menschen umgebracht. Die Polizei traf in ihrer Wohnung ein. Sie hat diese Morde während einer Teufelsaustreibung begangen. Die an ihr vorgenommen wurde. Die Kirche hat sich eingeschaltet und sie wurde in die Centrino-Nervenklinik in Rom eingeliefert. Deshalb bin ich hier. Es stellt sich nun die Frage, ob ich es in den Genen habe. Werde ich eines Tages durchdrehen? Reine Vorsichtsmaßnahme. Sollte sie Probleme machen, an der Wand ist ein Alarmknopf. Maria, ich bin's, deine Tochter. Vereine die Schnitte. Vereine die Schnitte, vereine die Schnitte. Vereine die Schnitte. Wenn Sie Ihrer Mutter wirklich helfen wollen, müssen Sie den Exorzismus besser verstehen. Was schlagen Sie vor? Sie müssen einen miterleben. Wo ist sie? Wir mussten sie nach unten bringen, in den Keller. Das ist eine Kombination aus Religion und Wissenschaft. Ich bin schließlich Mediziner. Fangen wir an. Isabella. Sie hat mir Namen gesagt. Ich habe vier Stimmen auf dem Video gehört. Was bedeutet das? Besessenheit von Dämonen. Bitte helfen Sie meiner Mutter. Das ähne keine einzigen Form der Besessenheit, der ich je begegnet bin. Tut mir leid, Isabella. Ich kann das... Was zum Teufel ist hier los? Oh, Mensch. Was sollen wir tun? Ich weiß, ich weiß das nicht. Isabella! Lass meine Mutter los. Du wirst brennen. Vereine die Schnitte. 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 Untertitelung des ZDF, 2020